Heute besuchen wir Minimundus. Das ist ein Miniaturpark in Klagenfurt am Börthersee und zeigt auf einem 26.000 Quadratmeter großem Gelände 156 Miniaturmodelle von bekannten Bauwerken vieler Kontinente im Maßstab von 1 zu 25. Eine Ausnahme macht das Schiff RMS Queen Mary. Es wäre mit 12,43 Meter zu lang für den Teich. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1958 besuchten mehr als 15 Millionen Menschen den Park. Der Reinerlös fließt der Hilfsorganisation Rettet das Kind für notleidende Kinder in Kärnten zu, die auch gleichzeitig der Eigentümer des Parks ist. Über ein Drittel der 156 Modelle zeigen Bauwerke von eher regionaler Bedeutung als Österreich. Die übrigen decken die bedeutendsten Wahrzeichen bedingt und repräsentativ ab. Für den Bau der meisten Modelle werden Originalmaterialien, also Sandstein, Tuffstein, Stahl etc. verwendet. Nachdem der Gebäudekern aus Stahlbeton gegossen wurde, bauen Modellbauer die einzelnen zugeschnittenen Steine auf. Die Figuren an den Gebäuden sind geschnitzt. Die meisten Modelle sind transportabel gebaut und werden während der Winterpause des Parks an verschiedene Orte ausgestellt. Deine 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 Musik 9, 8, 7, 6 We have main engine start 4, 3, 2, 1 And liftoff 5, 6, 8, 7, 7, 7, 8, 8 1, 2, 3, 2, 1 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018